Inwiefern sehen Sie TikTok als Werkzeug der hybriden Kriegsführung seitens der chinesischen Regierung? Sollte man die App im Westen verbieten? Das Problem ist immer mit Verboten, aber TikTok, das Problem ist, ein Unternehmen, das ein chinesisches... Sie wissen, ich sag's ganz offen, ich bin China-Falke. Ich halte China für die größte Gefahr für den freien Westen, größer als die Russen. Weil China viel potenter ist als Russland. Russland kann, ist gefährlich. Nicht, aber Russland ist, ich weiß nicht, ist der Wolf verglichen mit den Bären oder so. Der Wolf ist ein gefährliches Tier, ein böser Wolf. Aber ein Grizzlybär ist noch eine ganz andere Hausnummer. Deswegen sollte man den Wolf nicht kleinreden, wenn wir jetzt mal bei Tieranalogie bleiben. TikTok ist ganz wesentlich mitverantwortlich. Für die Jugend hängen die teilweise stundenlang jeden Tag davor. Ich selber habe Videos gesehen, die pure Propaganda waren, pure Lügen. Zum Beispiel ein Jordanier, über eine Million Follower, der ein Video gemacht hat, wo er erklärt hat, in diesem Krankenhaus im Gazastreifen hätten die Israelis 1000 Menschen getötet. 1000. Selbst die Hamas hat nur von 800 gesprochen. Er hat es einfach zu 1000 aufgerundet. Später kam raus, dass es glaube ich 100 waren oder sogar unter 100. Und dass es aller Wahrscheinlichkeit nach eine Rekete des islamischen Dschihad war. Dieses Video ist wahrscheinlich heute noch online. Wie viele haben sich das angesehen, haben den Kontext nicht betrachtet, haben nie die Wahrheit erfahren und wurden damit aufgebracht. Der Umstand, dass die Jugend, die leicht beeinflussbar ist, deswegen haben sich ja Diktaturen auch immer auf sie gestürzt, dass die an dieser App hängt und die App dort völlig dominiert und der Algorithmus von den Chinesen kontrolliert wird, ist eine unfassbare Gefahr. Sollte man es verbieten, ich würde wahrscheinlich für Ja tendieren. Und das trotz meiner politischen Einstellung. Generell sehe ich in Algorithmen riesige Gefahr, gleichzeitig aber auch ein riesiges Problem. Denn das ist ja nicht nur darauf beschränkt. Das geht bei Twitter, bei Facebook und so weiter ähnlich. Dort sitzen halt die Firmen im Westen und man hat theoretisch die Möglichkeit, juristisch gegen sie ein Stück weit vorzugehen und sie zu kontrollieren. Aber ich habe es oft genug gesagt. Nehmen wir jetzt den Wahlkampf der USA, der entscheidend für die Welt sein wird. Wie immer halt. Das ist jeder US-Wahlkampf, wenn wir so wollen. Nehmen wir an, wie sie sind jetzt die chinesische Regierung. Sie wollen wahrscheinlich Trump verhindern. Weil Trump den China-Falken gibt. Oder vielleicht wollen sie Trump, weil sie es irgendwie anders sehen. Spielt letztendlich keine Rolle. Mit dem Algorithmus weiß die App ja, wie sie politisch stehen. Da brauchen sie sie nur zwei Wochen zu benutzen. Dann kriegt die App mit, dass sie eher rechts der Mitte sind, eher links der Mitte, eher pro Immigration, eher kontra Immigration. Das bekommt die App ja sehr, sehr schnell mit. Ab dann kann ihnen gefüttert werden, das, was sie in die Richtung wollen. Es gibt viele, die sind rechts der Mitte, mögen aber Trump nicht. Das heißt, sie werden an sich Republikaner-Wähler, aber haben mit Trump ein Problem. Wenn ich nicht will, dass die zur Wahl gehen, spiele ich denen ausschließlich Videos vor oder Informationen. Jetzt gehen wir Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Ich spüle per Algorithmus ihnen ausschließlich die Informationen vor, die Trump schlecht dastehen lassen. Die Trump als furchtbar dastehen lassen. Es wird schon auch irgendwo ein paar Tage. Ich weiß, über Trump kann man sehr viel Schlechtes sagen. Aber ich vermute mal, hier und dort wird auch mal ein positiver Artikel über ihn geschrieben werden. Wenn ich jetzt weiß, das ist ein Republikaner, dann kann ich dem die ganze Zeit nur schlechte Presse über Trump vorsetzen. Dann geht er vielleicht nicht zur Wahl, weil er sagt, ich kann diesen doch nicht wählen. Wenn ich ihn aber zur Wahl veranlassen will und er mag Trump nicht, dann schicke ich ihm die ganze Zeit Nachrichten, die zeigt, wie furchtbar Kamala Harris ist und wie dieses Land kaputt machen wird. Sodass er sagt, naja, da muss ich lieber Trump wählen. Ich mag ihn zwar nicht, ich finde ihn furchtbar, er ist schrecklich, aber bevor Kamala Harris. Und ja, da sehen Sie an diesem harmlosen Beispiel, wie sehr ein solches, so ein Unternehmen inzwischen die Wahl beeinflussen kann. Ja, weil die meisten von uns eben nicht mehr nur noch zwei Tageszeitungen lesen, die man abonniert hat, wo man weiß, die steht rechts der Mitte, die steht links der Mitte und man bekommt halt dann das, was man bekommt, sondern die meisten von uns arbeiten hauptsächlich mit Algorithmen. Und dort ist ein unfassbares Manipulationspotenzial da, wenn es aktiv genutzt wird. Das Problem ist dann allerdings nur, wenn wir schauen, man müsste also von staatlicher Seite eingreifen. Aber wie? Denn von staatlicher Seite zu regulieren, gebe ich dem Staat Mittel in die Hand, der die dann missbrauchen kann. Und wenn ich das Offenlegen des Algorithmus verlange, der Algorithmus ist bei diesen Unternehmen normalerweise das Geschäftsgeheimnis. Das ist das, was die besonders macht. Wenn Google zum Beispiel, gab es Berichte, ich habe es selber überprüft, ich konnte es nicht bestätigen, aber dass, wenn man nach Donald Trump sucht, man nur Kamala Harris Artikel bekommt. Dass also Google verschweigt, dass Trump überhaupt, dass einer, der nach Trump sucht, nur pro Kamala Harris bekommt. Wenn sowas tatsächlich stattfindet, wie gesagt, ich habe es angeschaut und konnte es nicht verifizieren, aber es mag an meinem Standort liegen, völlig egal. Wenn sowas ist, dann könnte man eingreifen. Aber wenn ich den Algorithmus offenlege, der ist das, was Google ausmacht, dann greife ich deren wirtschaftliche Standbeite an. Und das ist ein Riesenproblem, eine Riesengefahr und ein Riesenkonflikt, den ich so einfach Ihnen nicht beantworten kann. Vor allem, weil er dann auch noch meine politische Überzeugung mit reinspielt, die halt den Staat in einer möglichst kleinen Rolle sehen will, in einer möglichst wenig regulierenden Rolle. Aber ich sehe die Gefahr. Und eine totalitäre Diktatur, die keinerlei moralische Hemmnisse hat, und das ist mit China der Fall. Wir haben ein Land, was Falun Gong Leute ausschlachtet, als Organspender benutzt. Es tötet Menschen, um ihre Organe zu verteilen und zu verkaufen. Wir haben ein Land, was Muslime in Umerziehungscamp steckt, wo sie gezwungen werden, Schweine zu essen, wo sie gezwungen werden, den Koran zu verleugnen, wo sie gezwungen werden, die Mao-Bibel auf einem Niveau höher als den Koran zu erheben. Ein solches Land, dem solche Macht über uns und über unsere Jugend zu geben, ist brandgefährlich. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.